so ist hier drüben noch was oder ist hier einfach nur eine sackgasse die zur ursatz dann auf geht okay ich werde mich wahrscheinlich irgendwie mit dem wind jetzt mit bleiben lassen müssen oder wo nicht eigentlich hat man fast nicht okay ich weiß wie es geht ich weiß es geht ich weiß es geht okay ich bin jetzt mal hier safe gut was haben wir denn hier wieder so ein samen nein nein runter wieder komm 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 nein nein ouch shit es hat noch gezählt ey perfekt eigentlich für mich mal gucken ob hier irgendwo was das wollte ich gerade folgen nein ja es sieht doch gut aus hier ja 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 sieht gut aus ich habe mich kurz dann hätte ich gerne das hier na die haltung war für den arsch benutze nach oben zum betreten ich schaue mich aber erst noch hier um noch mal rein der weg öffnet sich erst wenn das herz weiß dass es sicher ist die irdel lichter müssen sich versammeln um das tor aufzuschließen okay das heißt hier muss ich noch gar nicht hin sondern erst ganz am ende du hast einen unheimlichen edelstein in der windwüste vielleicht kann dir ein edelsteine experte mehr bringen den unheimlichen edelstein zu einem experten wer ist denn ein experte für edelsteine der hier wollte der hier wollte wasser key was wollte kinoa überbringe der baumwächterin die schlechten neuigkeiten guck mal ob ich mit ihm schon was machen kann was ich noch nicht mitbekommen habe ja jetzt müssen wir ein bisschen suchen wo es weitergeht da unten gibt es noch den eingang wo ich diese melodie spielen muss aber da habe ich keine ahnung welche melodie ich spielen muss deswegen müssen wir uns ein bisschen gucken so unter hellen monden wachte ich über zahllose bäume hier und sah wie sie wuchsen nun sind die nächte dunkel und ich wache über nichts nur das hier ist noch übrig der einzige samen eines letzten jahr baumes ich kann nicht zusehen wie auch er dem verfall zum opfer fällt du bist zurückgekehrt nimm ihn als dank für deine hilfe auch wenn es zu spät kam baumsamen der letzte samen okay dann ist die quest abgeschlossen aber hier finde das artefakt in den mitternachtshöhlen ja keine ahnung wie man da rein kommt by the way stille karte erkunde den stillen wald stillen wald weiter und bringe alles von interesse zu lupo aber der stille wald ist doch wahrscheinlich schon fast erkundet oder hier könnte noch was sein das ist schon die wüste hier ist noch was also dann gucken wir mal hier noch und hier noch dann machen wir das doch mal ganz kurz ich mag so nebenquests einfach finde es ganz ganz cool ist das so das war ganz schön knapp gerade ich komme hier wahrscheinlich gar nicht mehr rüber ach da oben war doch der felsen da komme ich doch gar nicht mehr durch oder da unten ist noch was hier war ich schon ich weiß bloß nicht mehr wie ich hier hingekommen bin ja okay ich glaube wenn ich jetzt hier halt lang gehe bin ich tot naja war ich da hier schon aber ich habe dann jetzt gar keine möglichkeit mehr ich habe doch dann gar keine möglichkeit jetzt mehr da oben hin zu kommen oder checken wir ab mal hier noch irgendwas nope außer ich komme irgendwie von hier dahin aber jetzt wüsste ich auch nicht wie ich hier hochkommen soll mal hier noch war ich hier ja hier war ich wir könnten hier unten rechts noch schauen da waren wir nicht ja hier waren wir noch nicht oh das lohnt sich aber ouch ouch hey 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 ähm ich brauche kurz die heilung ich kann das wieder woher geht es rein ja ja ouch weg hier ähm heilen machen wir kurz so ja jetzt ist ja okay jetzt hier so nochmal heilen nee ich kann mich nicht mehr heilen moment ich muss hier hin heilen äh ja und so uiuiuiuiuiui mach ein weg ouch komm nein nein ich hab dich getroffen gut ja ey jetzt nicht an dem feind come on jetzt nein ich bin so ein idiot manchmal jetzt sterbe ich an dem feind ernsthaft ja ist glaube ich wieder nichts hier so heilen so heilen was mich kurz heilen dringend ähm ultra knapp übrigens wie ich hier zum stehen gekommen bin by the way ja jetzt geht's easy in diesmal jetzt kommt wieder das hier das heißt wir machen wieder das an finde ich ganz cool eigentlich so ist mal nicht weg hier bohohoho hohoho nein ich hätte gerne das rein heilen ich sagte heilen ohri haben wir es jetzt jetzt haben wir es sehr schön alle geisterschreine abgeschlossen das heißt es war der letzte Seht ihr nicht, aber ich habe hier gerade einen Erfolg bekommen. Was setze ich dann jetzt da ein? Feinde werden schneller. Nenne ich wieder das einen Bonusschaden mit rein? Ich glaube ja. Ich muss einfach wieder ein paar Dinger sammeln hier. Ich müsste mal gucken, wie viel ich mittlerweile wieder habe, by the way. Wie sieht es denn jetzt hier aus? 82% habe ich jetzt hier. Ja, da oben komme ich nicht hin jetzt gerade, weil ich komme hier nicht mehr hoch. Oder ich müsste nochmal checken, ob ich irgendwie... Ansonsten sehe ich jetzt hier keinen Weg mehr im stillen Wald, den ich nicht gegangen bin. Hier könnte ich noch hoch. Da könnte ich noch hoch und... That's it. Und hier könnte ich auch nur nach rechts eigentlich. Dann teleportiere ich mich nochmal hier hin kurz. Bam, 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 bam. Okay. Ähm. Hallo? Hä? Das war gerade irgendwie strange. Also irgendwie war ich hier anscheinend schon. Aber irgendwie halt auch nicht. Ganz komisch. Es war gerade eben auf jeden Fall... Ausgekraut. Oh, habe ich jetzt das abgeschlossen hier? Weil jetzt steht hier nichts mehr dran plötzlich. Okay, steht jetzt weiter dran jetzt. Okay. Vielleicht ist das mal eine gute Idee, wenn der jetzt mal springt. Okay. Dann kann ich da reingehen, völlig egal. Wenn er springt, dann springt er. Muss ich jetzt nochmal erkunden? Muss ich nochmal erkunden. Was ist das jetzt? Habe ich jetzt... Nein. Tatsächlich auch hier hoch. So. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich, ähm, vielleicht doch irgendwie ein Stück weit hochkomme hier. Ich möchte es nochmal probieren. Ja, jetzt geh weg mit deinem Geräusch. Vielleicht auch so. Nee. 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 Keine Ahnung. Vielleicht muss ich hier einfach nochmal später hin. Wenn er nicht mal da sein sollte. Oder sie. Weil hier komme ich definitiv ja nicht hoch. Ansonsten sehe ich jetzt nichts mehr im stillen Wald, wo ich noch hin könnte. Nope. Da sehe ich jetzt auch erstmal nichts mehr. Was haben wir denn noch? Wiederaufbau der Lüchtung. Da können wir mal kurz schauen, ob wir nochmal was Neues, ähm, bauen können. Nicht Quest verfolgen. Ich möchte hier... Hallo. Wird gern... Ich soll es auch nicht raus. Wird gern hier hin reißen. Danke. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt noch was mit dem Gorlec Erz machen können. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich habe. Ey, Geist, hab gehört, dass du noch ein Irrlicht vom Licht der alten Weide gefunden hast. Das haben wir doch schon gelesen. Fünf. Nee, ich brauche ein Sextes. Okay. Dann... Haben wir hier nichts? Wen haben wir denn hier noch? Vielleicht ist er hier... Irgendwie. Ich würde gern mal mit den Leuten hier kurz quatschen. Du hier Spezialist für... Oh, du liebe Güte, ein unbearbeiteter Splitter. Auch noch makellos. Ein seltener Fund. Oh ja. Die meisten Geistersplitter, die ich finde, wurden bereits geschliffen und auf Hochglanz poliert. Die Handwerksmeister der alten Zeit verstanden ihre Kunst, weißt du? Aber ich werde ihn so gut es geht polieren. Dann mach mal. Geheimnis. Spüre Geheimnis in der Nähe auf. Oh. Ähm. Habe ich das jetzt automatisch? Ich glaube, ich habe es automatisch ausgerüstet. Sehe ich das hier irgendwo? Ja. Da ist der Baum. Eigentlich gefunden Questgegenstände. Sehe ich es jetzt zumindest nicht. Ach doch, da. Voll übersehen. Nein. Zack. Können wir nochmal mit ihm quatschen? Meine Kunden flüstern über deine Freundin. Sie sagen, du versuchst sie zu retten. Ich hatte einst auch eine Freundin. Weißt du? Doch jetzt habe ich nur meine glänzenden Splitter. Oh ja. Ich bewundere deine Kraft. Und ich werde deinen Namen nicht vergessen, Ori. Verbesserungen ansehen. Das mache ich doch jetzt mal. Was würde es sich lohnen zu verbessern? Boah. Ich könnte das verbessern, dann kriege ich mehr Schaden. Ultra. Hake dich pro Sprung an einen Feind fest. Belastbarkeit, Schüsse brauche ich nicht. Ich glaube, ich würde den Geisterschwall verbessern. Den ich gerade nicht ausgerüstet habe. Aber. Den werde ich auf kurz oder lang wieder ausrüsten. Und auch hier die Vitalität. Wenn ich sie schon ausgerüstet habe. Weil die Belastbarkeit werde ich dann früher oder später wieder rausnehmen. So. Was haben wir noch für eine Quest? Hinein in den Bau. Und wieder aufbau der Stillekarte. Dann würde ich jetzt mal irgendwie hinein in den Bau versuchen. Hier komme ich immer noch nicht ran. Ansonsten habe ich jetzt auch gerade keine Idee mehr. Hier könnte ich vielleicht noch schauen, ob ich da jetzt irgendwie langkomme. Also. Wir reisen hier hin. Russian. Nein. So. Kurz checken. Hier müsste ich runter. Autsch. Autsch. Jui. Jui. Und hier muss es auch noch irgendwo ein Hebel oder irgendwas geben. Ein Schalter. I don't know. Nein. 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 I don't know. No. No. Mal. Sometimes much mashing. Do. I don't know if you wanna get And now. Ich wundere mich gerade irgendwie ein bisschen Als wäre das hier gerade irgendwie eine Kampf-Arena Aha Was für ein Zufall Ich hätte jetzt eher gedacht, dass hier vielleicht irgendwo ein Schalter versteckt ist Aber es hat mich gerade gewundert, warum die ganze Zeit auch die Gegner gerespawned sind So, was haben wir hier Schönes Lebenspakt Damit kannst du Gesundheit einsetzen, um Zauber zu wirken Wenn du keine Energie mehr hast Ja, das brauche ich nicht Aber trotzdem schön zu haben So, ich gucke kurz auf die Map Autsch Na Jetzt heilen Gut Zack Ne, ich will eh weiter runter Passt schon Nein, da wollte ich doch gar nicht hin Jetzt stecke ich bis heute noch nicht, was das hier soll Probier ich es mal noch von der Seite Oh, ich habe eine Idee Ne, geht auch nicht Geht auch nicht Weg mit dir Sonst sehe ich hier nichts Ganz komisch hier die Stelle Also ich werde wahrscheinlich irgendwie noch einen Dash bekommen unter Wasser Nein Ich sehe her Wo schießt der denn hin? Ja, nice Alter Was ist denn das jetzt für eine Aktion hier? Oh Hallo Tok Ja, wenn du noch Steinnoten lesen könntest Das ist richtig So Bekomme ich hier irgendwo einen Hinweis? Wie komme ich hier irgendwo einen Hinweis? Das ist jetzt die Frage Erkennen wir hier irgendwo Aber dafür ist der Hintergrund so dunkel Dass man dann wirklich was erkennen können So hier Könnte man Eins, zwei, drei vermuten Aber Das habe ich ja schon getestet Letztes Mal Nein Vielleicht wäre es das gewesen Und noch Ist gerade einfach nur Sinnloses rumprobieren Guck mal Vielleicht Nur eine Idee von mir Wir haben hier im Hintergrund Zwei kleine Steine Zwei mittlere Steine Und drei große So, jetzt fange ich ganz links an Das heißt wir spielen mit der großen Ich muss mir das kurz aufschreiben Vielleicht ist es auch Quatsch Was ich gerade mache Aber wir probieren das Also Wir fangen an Groß Klein Mittel Mittel Groß Klein Groß So probieren wir das jetzt mal Ich muss hier bloß nebenher auf den Zettel schauen Also Groß Klein Mittel Mittel Groß Klein 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 Falsch War schon falsch Groß Klein Mittel Mittel Groß Klein Groß Yes Das war's Nice Was sagst du dazu jetzt Tok Rechts Du hast den Weg zu den Mitternachtshönen geöffnet Gute Arbeit Dankeschön Dann gehen wir mal runter Ey Autsch Erstmal speichern hier puedo Ich bin Z Nao Dez Schw mortar Musik Nein 해서 like są vir sounds